Es war nicht das erste Mal, dass Zoe Yvonne Gutmütigkeit ausnutzte, um diese zu täuschen und sich Zugang zu Gerners Townhouse zu verschaffen. Wie wir euch bereits berichtet haben, hat die ehemalige Agentin Wind davon bekommen, dass Gerner einen Coup gegen Rosa Lehmann, Joanna Schümer, plant. Allerdings war ihr noch schleierhaft, was er gegen die Bankerin in der Hand hat. Indem Zoe Gerners Wohnung verwandzte und über einen Trojaner Zugang zu seiner Laptop-Kamera bekam, fand sie heraus, dass die Antwort auf ihre Fragen im Safe des Anwalts zu finden sein muss. So besann sich Zoe auf ihr Know-how in Sachen Spionage und brach ins Townhouse ein, wo sie nach dem Knacken des Tresors auch Zugang zu den Unterlagen erlangte, die sich auf Rosas Vorleben und ihre erste Ehe mit Jens Wagner in der ehemaligen DDR. Doch lange bleibt dem Anwalt nicht verborgen, dass etwas in seiner Welt nicht stimmt. Lange bleiben Sos Taten allerdings nicht geheim. Als Gerner Gewissheit hat, dass sein Safe geknackt wurde, vermutet er erst, dass Rosa ihm auf die Schliche gekommen sein muss. Erst als Yvonne ihm berichtet, dass Zoe ihr einen Besuch abstattete, wird ihm klar, wer für den Trojaner und den Einbruch war.